Per Voreinstellung ist das Lautsprechersymbol im Präsentationsmodus sichtbar. So ändern Sie das. Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol, um die Audio-Tools einzublenden. In der Registerkarte Wiedergabe setzen Sie dieses Häkchen. So herzlich willkommen. So ist es, wir können hier und es wird ich nicht ausgeliefert. Dann wenden Sie den Gerät ausgeliefert. Entschuldigung, um die Mäste zueren, du einen Gerät ausgeliefert. Vielen Dank.